Und da sind wir auch wieder. Aua, 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 ich brenne. Ich bin Feuer und Flamme. Ha, diesmal habe ich's... Naja. Naja. Aber ist doof. Hey, ein Speicherpunkt. Wollte rennen, ey. Hey, wir haben einen Speicherpunkt, liebe Fee. Yay. Und da läuft schon einer. Ok, da laufen mehr. Ich hab gute Neuigkeiten. Ja. Das ist gut. Vorsicht, Kinder, ja. Aber, wenn ich eins erkenne, dann eine wahre Tötungsmaschine. Die Kalypsos hat ein Recht, was nicht angeht. Ich habe dich gut erzogen. Wen, wen meinte ich jetzt? Wen habe ich gut erzogen? Ich hoffe, mein Tier. Oder meine ich die Typen. Der will mich bestimmt nicht. Oder meine ich jetzt die Typen. Ich hab dich gut erzogen, Typ. Wo müssen wir denn jetzt langen? Hier oben gleich. Gleich nach oben. Du nur in die Kohle mit. Und die Toiletten. Muss noch auf Klo. Ne, nur Munizierung war da drin. Das ist echt... Lass das Blut fließen. Au, au. Lass das Blut fließen. Das... Euer Blut soll fließen, Mann. Nein. Mann. Da falle ich doch noch runter, ey. Fuss Canon. Aber ich hab noch Kohle gefunden... Ich hab noch Kohle gefunden. Dass ich mal ein paar Hände verwarnt. Du wirst nicht mehr hin? Das ist doch gar nicht mehr. Ich hab' eine Klo anpingt. Prozent die Janne bringt Schau mal hier komm her die Pingu das ist nicht ein gutes Zeichen Monit und meistens und noch mal ein Speicherpunkt das ist schon ein gutes Zeichen nennen es ja noch schlimmer allah die 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 Ui ist ein Klöpfer so muss hier noch ein Klöpfer die Mühle einmal eskalieren jedes mal abgült und reißen naja darf ich fragt und rückträgt meinst du ich bin tot wenn ich da rein spring mach mal das ist doch blöd ich sponze direkt hier vorne hier wieder hier ja kostet mich auch voll viel Kohle ja das ist das andere so Fee wo da geht's zu Alter 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 in meinem Zimmer auf Sanctuary ist ein signiertes Poster von Typhoon Lily und Gebes Lillen zweitens ich habe eine Datenbank mit belastenden Informationen über meine Rivalen veröffentliche sie im Econet und drittens hey 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 wissenschaftslady du siehst aus als ob du einpennst du kannst doch deinen großen Aufwind nicht verschlafen Terror der Viehtreiber Töte diese Hurensöhne Töte diese Hurensöhne Tinktrain naja aber irgendwie kann ich ihn schon wieder nie angreifen jetzt kann ich ihn wieder angreifen er hat aber auch gerade ein Schutzschild oder so oh ich muss mal eben das ist nicht Tinkwache ist da hinten der Baller ganz halt auf uns ist da nicht so schön ich sag der erste Tod der große ist schon mal gut na ich auch ja mach ich bin direkt wieder da ja ich werde irgendwie eingefroren von irgendjemanden von den Wünsche oder wie die heißen die haben auch Gefrierfähigkeiten mhm na man du übersiehst du mal die Tinkse ja doch schön dass du hier alles einsammelst aber vielleicht wären die Viecher zu töten vielleicht besser das ist die richtige ich habe ja eigentlich hauptsächlich dadurch gerannt wegen nur einer Zähne weil ich nutze mehr meine Schrot mit Muni immer so schnell aller aller bin schon wieder voll das gibt es auch gar nicht nicht ich nicht aber so viel sammle ich ne wenn du schon vollst warte 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 hier ist irgendwas wo ist das oben ne hier unleserlich ja schade was denn hier eine irialische Sprache huha hi Freunde warte wie fühlte ich dein letzter Atemzug wieso kann ich den jetzt nicht angreifen na das verstehe ich manchmal auch nicht so ich glaube die haben Schmerzen das ist aber nur eine Vermutung aua wo kommen wir denn jetzt her das wurde da neben mir das ist aber fies ja wenn die aus den Dinger da kommen das ist aber echt mies ne ja er hatte ich schon ein paar Mal gehabt du hast du mit deiner blöden Waffen verwirrt mich jedes Mal ja aber die ist gut ja ja nur ich denke mal jedes Mal du stehst neben mir also die ich da stehe neben mir ich wir sie wechseln jetzt nicht meine Waffe weil die gut ist nö ja ich bin richtig ich auch das ist gut dann wird es brennig der ist bei mir jetzt auch wieder geschützt zum zu Ja, manche bei mir auch. Ich muss mal E-Muni sammeln. Ich brauche... Das ist immer so ätzend, wenn du eine Muni brauchst. Ach, Gott. Mann! Ich kann doch eh nichts mehr mitnehmen, ey. Gibt wenigstens gut Kohle. Ja, ich bin aber voll. Das ist das Blöde. Ja, ich nehme die kleinen Sachen schon gar nicht mit. Mittlerweile. Hallo? Ich hier wer? Ich glaube, du musst ein E-Muni sein. Ja, mach der gesehen. Du musst eine Munition mit. Du brauchst halt nicht angucken. Ich hab... Muni habe ich schon. Wieder fast voll. Oh, ein E-Ein-I-Coup. Oh, danke. Ich muss ja nicht. Du bist hier reingelaufen. Nee, ich stand ja nur hier. Ja, da war der Punkt doch. ... zum Laufen bringen sollte. Und zwar schnell. Ich hab schon alles probiert, was mir einfiel. Ich hab dagegen getreten, Rage-Blut hineingegossen. Nichts. Jetzt muss ich mich verstecken und hoffen, dass der Nadelstreifen angehbar mich nicht findet. Moment. Was ist das? Wurde da gerade mein Name per Lautsprecher als Warm-Up-Act angekündigt? Schurter! Ich will die E-Muni. Das ist voll doof. Ja, weil du ja jetzt einen Young genommen hattest. Nein, ich höre die generelle nicht. Okay, was kommen wir denn hier drüben? Welches Zeichen hättest du denn gerne? Ein Leitmotiv, muss man. Äh. Ja, komm hier. Du hast ihn jetzt gewonnen genommen. In den Totenschädern natürlich. Ja, geil. Also eigentlich sind wir doch uns immer einig, oder? Oder wolltest du so eine Hackfresse? Nö. Boah, die Musik ist so geil. Oh ja, verkaufen. Ich möchte unbedingt verkaufen, Feuer bitte. Ja, ich auch. Okay, verhalte ich. Weg. Gegebenenfalls nur ausrüsten, falls ich bessere Waffen hätte, die ich natürlich nicht habe. Oh, ich im Moment irgendwie auch nicht. Die wäre ein bisschen mehr Schaden, würde die machen, aber weniger Zielgenauigkeit. Hat aber ein größeres Magazin. Okay, die bewahre ich nochmal innen einmal auf. So, damit sie nicht gelöscht wird. Warte. Ich muss mal eben was gucken. Die ist Müll. Die ist auch Müll. Die wäre jetzt besser. Du kannst ja auch safen, ne? Damit du die bloß nicht versehen, ich verkauf's. Die will ich auf jeden Fall behalten. Die Grütze ist im Moment sehr effektiv. Die eine würde zwar mehr Schaden machen. Weil die, die ich auf jeden Fall nicht verkaufen würde, die safen schon machen. Ich hab noch nen Echo-Mod. Wolltest du das haben? Weil ich kenn das schon. Achso. Da war das gleich. Ich seh ja noch. Ich kann ja jetzt aktuell überhaupt nichts, könnte ich jetzt annehmen. Ich kann ja jetzt auf jeden Fall gehen. Ich bin grün, muss noch mal grün drücken. Ich muss aber direkt ausrüsten. Ah ja, kann ich sogar noch nicht. Bitteschön. So, jetzt versuche ich mal eben einmal... Einmal Waffenwechsel. Das war die genau gegen die. Die hat zwar keine Zielgenauigkeit, aber dafür ein größeres Magazin macht mehr Schaden. Die würde ich gerne mal in ein paar Mal ausprobieren. Äh, wo sind die? Oh nein! Sie hat eine Marley-One-Waffe. Es ist eine Marley-One-Waffe, oder? Natürlich. Aber die hat Strahlung und... Schock. Soll ich die mal testweise lassen? Weiß ich nicht. Denk dran, du kannst in die Arena nachher. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich sehe da schon so Männchen. Vielleicht überlege ich jetzt gerade nur... Soll ich die Waffe jetzt rein? Ich lasse erstmal meine Waffenkombi. Ich will erstmal draußen testen. Okay. Dann wechsel ich auch wieder zurück. Ich bin mit meiner am besten jetzt eingespielt. Wir können ja jederzeit von dem Sterben wieder wechseln. So, warte mal. Ungewöhnlich. Welche hatte ich denn jetzt? Ne, doch. Scheiße, als habe ich die natürlich nicht ausgesucht. Achso, doch die. Ich kaufe mal eben alles voll, habe ich. Habe ich auch. Oder? Ja, jetzt. So, was hast du gesagt? In die Arena schießen? Ja, wie soll ich denn die in die Arena schießen? Nein, da außen nachher. Ach so, jaja. Ja, eins. Los, drei, zwei. Ich bin schon da. Fuck. Oh. Ich auch. Pain and Terror. Alter, der Ting ist ja mal geil, ne? Also der... Mit dem... Oh. In die Augen! Naja. Aber der macht zwischendurch die Augen zu, das ist blöd. Oh, Vorsicht, Rot. Wo musst du denn hin? Dann, äh, aus den nicht roten Sachen. Ja, ich bin mal... Ah, jetzt. Was glaubst du, wo wir hier sind? Zeit zu schlafen. Ja, von wegen. Alle Interessenten jetzt bitte auf die Bühne. Was, wer soll jetzt auf die Bühne? Alle Interessenten. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Oder hinten auf den Tank. Ja, vorne auf den Tank geht auch. Oh, ich hab hier grad einen Ting. Oh, scheiße, ich muss raus. Oh, Backe, Aua. Oh, ich bin down. Oh, mach nix. Mein Hund kommt schon. Dafür sind die Tingz ja nebenbei auch. Bist du drauf? Lebst du wieder? Ich bin nicht tot. Achso. Äh, Alter. Aha. Wenn ihr hinten wisst, den Tank treffen. Mhm. Der ist auch gut. Ich guck gerade mal, wo Roten hinkommt. Oh, 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 oh. Oh, oh. Aua. Au. Was sagen? Fickt euch Kultspinner? Hey, Alter, dein Geld nehme ich gerne. Aber das ist auch professionell. Moni. Moni-Kisten, das ist gut. Ich brauche nämlich für meine... Du bist Beute. Dieses Ende war dein Schicksal. Sind die weg? Okay. Ist die weg? Okay. Vorne auch das rote, rote Ding da. Das rote Auge. Hä, rote Auge? Nein, nicht das rote Auge. Oh, oh, der dreht sich. Hopp. Au. Hopp. Aua. Wiegst du? Wiegst du, Faye? Wiegst du? Sind wir da da? Ah, alles da. Oh, für die liebe der Zwillinge. Oh nein. Ich muss mal eben... Mein... Mister... Ich muss leider mein... Mein Viech wiederholen. Das ist echt wichtig für mich. Alter. Kommst du wieder oder musst du dich holen? Ich lebe doch. Ach so. Oh, ich aber nicht mehr. Ich aber dafür nicht mehr und mein Hund auch nicht mehr. Ja. Oh Scheiße, hier ist ein rot. Oh, oh oh! Oh, oh oh oh. Dafür, ich nicht mehr. Oh, ich habe... Informationen hier, weisse. Oh, ich bin direkt darum. bist du gerade auch gestorben ja deswegen als je nachdem wie oft du stirbst hast ja schneller direkt wieder runter eben schon mal eben einmal munition noch schnell holen ich gehe jetzt so runter ist ja wieder voll das ist wieder komplett voll noch energie der ist auf 100 prozent jetzt au also ich muss ein bisschen mehr auf meinen hund achten hier schon mal wir sehen sie das ist ja komplett wieder voll wobei wir tot waren normal dürfte das nicht sein doch doch bei boston ja ne normalerweise darf der trotzdem wird der nicht ganz voll doch ja ja das hat mich heimisch doch oh 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 der hatte voll auf mich abgesehen die dreckse auch mir ruhe mit deinem ding ich will euch erzählen war er da nicht auch jetzt oder was auch der dann springt es nach vorne weiße um nicht vor der Folge zu retten und dann haut er auf mich Der hat mich auf den Kieker, der sucht mich ja ganze Zeit. Leergeschossen. Oh, leergeschossene Autos. Oh, Scheiße, raus, 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 raus. Zeit für eine kurze Werbepause. Unsere Munition bekommt ihr Sponsor von Marcus Munitions. Marcus, Sir. Moment, ich soll was sagen? Finden euch Kulspinner? Hey, Alter. Geh dir die Kerle. Das ist doch professionell. Die Wut des Himmels. Ja, die Chinks oder? Ja, die Chinks oder? Ich will jetzt gerade mehr über... Mehr bewegen oder nicht bewegen? Das ist die Frage gerade. Boah. Viel bewegen. Boah, ja, natürlich. Ich brenne wieder. Ich auch. Ja, und schon wieder down. Ah nein, und der Herr von Gokokau auch. Das heißt, ich bin... Hallo! Dann bleibt aber stehen! Nein! Ich stehe doch die ganze Zeit. Ne, du kriegst. Ne. Du bist aber bei... Du bist bei dem Falschen. Du bist irgendwie... Ne, 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 bin bei dir. Johnny Doe, du kriegst. Ich bin gar nicht mehr da. Ich krieg gar nicht aus dem Brand gar nicht. Ich bin ganz mehr da. Du kriegst ja nicht und scheiß gegen die Wand. Ja, dann... Hast du die Connection verloren? Ja, Fedor hat das Spiel verloren. Stimmt. Ne, ich bin noch laut. Ich bin noch drin, aber alles steht hier. Ja, wir müssen raus. Jetzt. Jetzt erst. Jetzt kann ich nicht wieder einladen, weil ich bin schon drin. Bindungsfehler. Äh, ich kann aber irgendwie dir hinterher... ... beitreten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hoffe, weiß ich auch nicht. Verbindung zum Horst nicht möglich. Irgendwie Desktop. Komisch. Und dann kommt der Mixer. denn jetzt schon in so einem frühen Stadion bist du schon wieder da? Nee, ne? Nee, bei mir tut sich gerade was Kommst du nicht rein oder was? Nee, ich komm komplett gerade nicht rein Gibt's die Neustarten? Warte mal, ich hab' nicht reden Ich komme sofort wieder Meine Bestie stirbt Es liegt nur viel Arbeit vor uns Oh, meine Bestie kann sich gar nicht erholen Ich hab' nicht mehr Ich hab' nicht mehr Oh nein, nicht schon wieder diese blöde Siege. Wir hatten ihn ja zu schön vor. Für die Liebe der Zwillinge. Alter. 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 Oh, Alter. Alter. Ja. ja ich bin wieder tot ja ich glaube das war's ja wir sehen uns dann später wieder schau mit v